Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Auf der Suche nach einer Bleibe für den nächsten Sommerurlaub nächstes Jahr bin ich auf eine Website gestoßen, nämlich vom Ressort Albschatten. Und ich dachte, ich lese einfach mal kurz vor, was da steht. Willkommen im Ressort Albschatten, einem Weltklasse-Ressort in den Bayerischen Alpen. Weit weg von modernen Ablenkungen ist es darauf ausgelegt, Ihnen Ruhe und Erholung zu bieten. Entdecken Sie in unseren ultimativen Unterkünften in den Bergen mit unseren privaten Bungalows und Deluxe-Zimmern. Genießen Sie köstliche Küche und entspannte Wellnessbehandlung in unseren erstklassigen Spas und tauchen Sie ein in die malerischen Wälder und die vielfältige Tierwelt. Lassen Sie Ihre Sorgen mit der Schönheit der Natur verfliegen. Erleben Sie hier unvergessliche Tage und schaffen Sie Erinnerungen für die kommenden Jahre. Ob dieses Alpen-Ressort so schön ist, wie es behauptet wird, das klären wir. Und wer sind wir? Das ist einmal der Till. Hallo. Moin. Und ich, Johannes. Jetzt nicht wundern, wir sind hier nicht gesponsert und das ist auch kein Commercial. Tatsächlich ist diese Website zum Ressort Albschatten ein kleiner, ich würde sagen, Info, ein Werbegag von dem Verleih zum Horrorfilm Kuko, der am 29.08. in den deutschen Kinos startet. Und worum es in diesem Film geht, Till, das kannst du uns verraten, richtig? Ich kann es, ja. Das werde ich auch tun. Und zwar geht es um Gretchen, die mit ihrem Vater und der Stiefmutter und die kleine Halbschwester, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, in die deutschen Alpen reist. Und dort ist auch das besagte Resort, das besagte Hotel. Die kommen aus den USA und in dem Ferienort stößt sie, Gretchen, auf ziemlich dunkle Geheimnisse. Sie hört seltsame Geräusche, wird von Visionen geplagt, in denen sie von einer Frau verfolgt wird. Gretchen wird quasi dadurch, nicht auf der Suche, aber im Verlauf dann in eine Verschwörung und gruselige Experimente hineingezogen. Ähm, oder bizarr kann man eher sagen. Und zwar vom Eigentümer des Resorts. Ja, und die Vorgeschichte des Eigentümers, die reicht schon über Generationen zurück. Das klingt wahrscheinlich erstmal nach, what the fuck, was soll das? Aber das ist der Film. Es ist von Tillmann Singer. Nicht Singer, sondern Singer, weil es ist ein Deutscher. Der hat auch Loose gemacht. Der ist unter Genre-Kennern relativ beliebt oder relativ verhasst, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe den selber nicht gesehen, leider. Hast du den geguckt? Ja, ich habe den tatsächlich, nachdem ich Kuckuck gesehen habe, habe ich mir den angeguckt. Und eventuell gibt es den immer noch, vielleicht auf YouTube ganz zu sehen, also falls ihr da mal nachschaut. Und ich kann das verstehen, dass Leute den speziell fanden, weil der ist nochmal, also wir reden ja gleich, was irgendwie das Besondere vielleicht an Kuckuck ist. Loose ist da nochmal radikaler. Also das geht schon ein bisschen Richtung, ja weiß ich nicht. Das ist schon sehr artifiziell und irgendwie sehr, sehr radikal, sehr, sehr auch bewusst auf Retro gemacht. Und das ist schon ganz spannend, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, das ist ultra langweilig. Ja, aber der geht ja Gott sei Dank nicht lange, so 70 Minuten. Hier Kuckuck geht jetzt 102 Minuten und hat die Weltpremiere auf der Berlinale und jetzt kommt er halt regulär ins Kino. Der ist grundsätzlich ganz gut angekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Und, oder? Doch, ist er, soweit ich das weiß. Ja, habe ich auch. Also ich glaube, ein paar Kritikpunkte gab es. Der Kinostart wurde jetzt ja auch nochmal nach hinten verschoben. Da haben wir, glaube ich, intern auch schon ein bisschen gemunkelt, ob das vielleicht am aktuellen Hype von Long Legs liegt. Ja, das kann gut sein. Jetzt Mitte August gestartet ist. Ja, aber sonst würde ich auch sagen, ich glaube, insgesamt kam Kuckuck schon ganz gut an. Und das ist ja durchaus spannend, dass einerseits ein Horrorfilm so groß in der Berlinale startet und dann ein Horrorfilm auch aus Deutschland. Also der Film ist ja mit einem internationalen Cast und er ist auf Englisch gedreht, größtenteils. Aber er ist halt von einem deutschen Regisseur und auch in Deutschland produziert. Wie ist das denn, Till? Hast du irgendwie positive, weiß ich nicht, Erinnerungen oder Assoziationen zum deutschen Horrorkino? Ist das überhaupt existent für dich? Ja, doch. Es ist, welcher Film zum Beispiel ziemlich super ist, ist Der Nachtmahr. Den habe ich hier auch zu Hause. Den habe ich mir direkt gekauft, als ich davon gehört habe. Hat eine ganz spannende Geschichte. Also die Entstehung des Films hat eine spannende Geschichte. Und es gibt auch noch mehr und das weiß ich auch, aber mir fällt jetzt leider nichts ein. Ne, weiß ich nicht. Ich rette mich mal kurz. Ja, da gibt es einiges. Ich musste auch natürlich direkt an den Nachmahr denken, der auch glaube ich nochmal so in den letzten Jahren ja nochmal, auch wenn der glaube ich auch schon, der ist ja glaube ich von 2015 oder 2016, der ist bestimmt auch schon ein bisschen älter. Ja, aber der hat ja auch echt nochmal so ein Ausrufezeichen gesetzt, weil mir ist tatsächlich, als ich nochmal so überlegt habe, mir ist als erstes Heilstätten eingefallen. Das war so ein deutscher Found-Footed-Film, der so auch auf, genau, der so auf YouTube gemacht hat und boah, also wir haben den damals Kino geguckt. Ich fand den damals nicht so, also ich fand den schon schlecht, aber nicht so scheiße, wie ich befürchtet hatte. Aber ich glaube, wenn man den jetzt nochmal guckt, puh, weiß ich nicht. Ich glaube ansonsten vielleicht so Anatomie, auch wenn der aus den 90ern ist. Ne, ne, genau richtig. Heike Makatsch. Sind da nicht sogar beide? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Heike Makatsch. Ja, ja, genau. Also was natürlich, was man fast nicht erwähnen muss, ist sowas wie Nosferatu oder Kabinett des Dr. Caligari, das sind ja so die aus den 20ern. Aber jetzt so aktuell, gut, es gibt noch Stapelfahrer Klaus. Der Golden Handschuh ist auch Horror, aber eher Thriller. Ja, ansonsten. Ja, es wird ein bisschen so, als wäre der moderne deutsche Horrorfilm nicht wirklich existent. Also wenn man direkt nach Österreich guckt, da passiert gefühlt ein bisschen mehr. Also auch, ne, ich sehe, ich sehe. Absolut. Also ich würde schon fast sagen, dass das irgendwie ein moderner Klassiker ist und das Regiepaar, die drehen ja fleißig weiter. Ich glaube, dieses Jahr kommt auch ein neuer von denen, irgendwie des Teufels Bart. Also nicht Bart, sondern Bart wie Badewanne. Und ja, ansonsten weiß ich auch nicht. Also ich fand tatsächlich früher noch Wir sind die Nacht ganz gut. Das ist nicht direkt ein Horrorfilm, aber es geht um Vampire. Und bei Vampire vielleicht, Netflix hat er ja auch was gemacht, Blood Red Sky. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich fand den ganz furchtbar, leider. Ja, ich habe den bewusst ausgelassen, weil ich habe das überhaupt nicht angesprochen. Auch wenn das, das war, glaube ich, eine Zeit lang irgendwie die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion. Also es ist natürlich cool, dass das irgendwie, dass der so erfolgreich ist, auch wenn ich damit leider nicht so viel anfangen konnte. Ja, ich gucke, ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. Also Franka Potente auf jeden Fall und mit Heike Makatsch habe ich, glaube ich, Quatsch erzählt, um das hier nochmal gerade zu stellen. Ja, 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 vergesst alles, was ich gesagt habe. Alles klar. Und ja, es ist eher, also auch wenn ich an die Nacht mal denke, so, das ist eben so Cuckoo oder auch Loose. Es ist eher schon so ein bisschen, so ein sehr, sehr, sehr Genre. Also du hast jetzt nicht, nicht so ein Quiet Place und Saw oder sonst was hier aus Deutschland, sondern es ist wirklich eher, eher nischig tatsächlich. Immer noch. Ja, das ist schon krass, weil wenn man ja auch in andere europäische Länder guckt, so Frankreich, Großbritannien, Spanien, die haben ja wirklich, also auch eine große Genre-Tradition. Also keine Ahnung, wenn man irgendwie an die 2000er denkt mit diesem harten französischen Horrorfilm, die da rausgekommen sind, das gibt es in Deutschland irgendwie noch nicht. Ich habe noch mitbekommen, dieses Jahr ist Home Sweet Home, glaube ich, rausgekommen in den Kinos. Den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das war so ein One-Take-Horrorfilm um den Dreh, aber den habe ich noch nicht geschaut. Nee, ich auch nicht. Was ja beim Horrorfilm immer, finde ich, ganz spannend ist, gefühlt gibt es kein Genre, was so viel in irgendwie Subgenres unterteilt wird. Torture-Porn, dann haben wir die ganzen J-Horrors, wir haben Slasher, Gorb, blub, 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 Tier-Horrorfilme. Wie würdest du denn, weil ich habe da mal drüber nachgedacht, wo würdest du KUKO einordnen? Weil ich finde es schwierig. Ja, das ist wirklich schwierig. Ich würde sagen, wir haben hier... Na, es ist eher so ein Horror-Mystery, würde ich sagen. Das ist es wohl. Ja, ein Horror-Mystery-Film, so ein bisschen A Cure for Wellness-mäßig. Also einfach nur so vom Gefühl her, wenn du weißt, was ich meine. Also es ist, man kann die Filme schlecht vergleichen, außer dass beides in einem Resort spielt und der Leiter des Ganzen irgendwie komische Sachen macht, hinter Verborgenen, im Verborgenen. Das würde ich fast am meisten sagen. Ja, sehe ich ähnlich. Cure for Wellness hat, glaube ich, hat das in der Schweiz gespielt. Ich glaube ja auch hier in Europa, auch wenn das ja von Korwebinski ist. Würdest du KUKO so ein bisschen vielleicht in Richtung Elevated Horror packen? Also ich finde, der ist schon zugänglicher als bestimmte andere Genre-Filme, wenn wir, weiß ich nicht, an Midsommar vielleicht denken, der schon sehr gut ankam, aber er doch irgendwie nochmal spezieller ist. Würdest du das sehen oder ist der dafür irgendwie zu mainstreamig? Also ich wäre dazu eh noch gekommen, wenn die erste Hälfte, wenn die zweite Hälfte genauso gut wäre wie die erste Hälfte, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich so ein Ding in Richtung Elevated Horror. Aber die zweite Hälfte macht aus dem Ganzen nicht das, was die erste Hälfte bietet. Das ist doch der perfekte Teaser jetzt für den Deep Dive zum Film. Es ist ein Horrorfilm. Dann vielleicht erstmal die erste Frage, hast du dich irgendwie, weiß nicht, hast du dich gegruselt? Hattest du irgendwie ein unwohles Gefühl? Warst du geschockt oder ja, hattest du ähnliche Emotionen? Also geschockt nicht. Ich meine, ein guter Horror muss nicht schocken. Ich lasse mich gerne schocken. Das ist, wenn man so viel guckt oder so viele Horrorfilme auch guckt, wie ich jetzt in dem Fall, kommt es seltener vor. Also bei Cuckoo habe ich mich die erste Hälfte und so wie man eingeführt wurde in den Film, da fing schon ein bisschen Grusel an oder so ein Unwohlsein, das ich auch bei It Follows hatte zum Beispiel. Gerade so, wenn es so dunkel ist und die Gretchen dann verfolgt wird, das fand ich alles schon richtig cool. Und das hat sich, wie gesagt, alles ein bisschen, teilweise ein bisschen zu sehr verloren in der zweiten Hälfte. So, aber ja, Grusel war da. Ging mir auf jeden Fall ähnlich. Ich finde, es wird sehr gut geschafft, so eine unangenehme Atmosphäre zu erschaffen. Also eigentlich ist es ja quasi so ein Urlaubparadies und man denkt, oh, das ist ja eigentlich ganz schön. Aber wir erleben das ja auch alles aus der Perspektive von Gretchen oder beziehungsweise Gretchen, je nachdem, wer es im Film sagt. Und ich finde es auch, das hatte auch diese Szene, ich glaube, du denkst an die Szene auf dem Fahrrad, da sieht man ja auch im Trailer ein bisschen was von. Und die ist schon wirklich clever inszeniert, wo man, also man sieht halt den Schatten von Gretchen auf der Straße und dann sieht man irgendwann, dass so ein Schatten hinter ihr ist. Und das fand ich auch schon, das ist schon sehr cool. In der zweiten Hälfte wird der dann, der wird so ein bisschen peilpiker, ne? Also ich finde, der hatte immer schon so Humor drin, aber das wird in der zweiten Hälfte nochmal stärker, dieser Humor. Und der hat für dich nicht so gut funktioniert? Ja, also man kann ja Humor einstreuen, so ist es ja nicht. Aber das Ganze wurde mir ein bisschen zu Action geladen, das hätte ich gar nicht gebraucht. Und das, was wir dann sehen, also es ist, ja, es ist jetzt mit Spoilern halt ein bisschen schwierig, aber die Menschen, um die es dort geht, abseits von unseren Guten, die werden mir zu sehr gezeigt und zu schnell gezeigt dann in der zweiten Hälfte. So, ähm, der Humor, das stört mich dann gar nicht so groß, aber ich möchte das nicht, ich möchte das nicht direkt, direkt in die Kamera gehalten bekommen. Dann hätte der Film, dann hätte der Film das gerne von Anfang an so machen können, aber ich hätte das gerne mir bis zum Schluss aufgehoben, dass man das nur mal kurz sieht, vielleicht auch nur schemenhaft. Aber nicht so oft. Das hat mich, das hat mich gestört. Nicht der Humor, halt nur dieses eher Action-lastigere und diese direkte Horror-Action, so mit Verfolgungsjagden und dann wird man, hält die Kamera voll drauf. Und das, ich hätte das gerne so im Schatten gehalten wie, wie am Anfang oder in der ersten Hälfte. Kann ich nachvollziehen. Die erste Hälfte ist da ein bisschen subtiler und am Ende geht der halt wirklich all in. Also, der ist da wirklich sehr, also der schraubt da ja auch wirklich sehr hoch. Also, ich würde sagen, die Prämisse, die hinter diesem Ressort steckt, die ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Da ist, also man weiß halt auch von Anfang an, irgendwas ist da los. Da stimmt halt was nicht. Und also, man sieht halt auch in einer relativ frühen Szene schon den, den, ähm, Herrn, Herrn König, der halt das ganze Ressort leitet. Er spielt Flöte und da weiß man direkt, okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und da spielt der Film auf jeden Fall am Ende richtig durch. Und ich würde auch sagen, also das Finale ist schon, das ist halt so ein Action-Finale. Ich kann verstehen, wenn man damit keinen Spaß hatte. Ich fand's tatsächlich sehr, sehr lustig, wieder die unterschiedlichen Parteien, also wirklich schon sehr übertrieben aufeinander, aufeinander zu rasen. Jaja, okay, kann ich verstehen, aber da hat's mich nicht so abgeholt. Und das mit dem Flötespielen, ähm, also ist ja, Flötespielen ist ja seit Alien Covenant eh so ein Thema, ne? Aber das Flötespielen ist deutlich besser hier umgesetzt und eingesetzt, als Michael Fassbender es gemacht hat. Ähm, und es ergibt auch mehr Sinn. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass die Schwester von Gretchen, ähm, Gretchen, ähm, stumm ist. Und das ist ganz, ganz wichtig über den Verlauf des Films, also auch über die, die Aufklärung, die wir dann am Ende bekommen. Und ja, Kuckuck ist ja nun mal der Kuckuck, so, dass, ähm, der Film hat halt, da er international gedreht wurde, heißt ja nun mal Kuckuck und nicht der Kuckuck oder Kuckuck, wie auch immer. Ähm, das greift der Film gut auf, aber hinten raus verliert sich dieses Kuckuck- oder Kuckucksthema irgendwie ein bisschen. Da hätte ich ein bisschen, gerne ein bisschen mehr Fokus drauf gehabt, plus den angesprochenen Horror oder Grusel aus der ersten Hälfte. Ja, er macht doch aus der Prämisse, also ich, 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 ich verstehe das schon, ich finde das auch cool, aber auch da, also das ist auf jeden Fall nicht ein Film, den man so grob irgendwie auf, auf Logik abklappern sollte. Das ist halt irgendwie, ich glaube, es gab diese Grundprämisse und dann halt mit diesem, mit diesem ein bisschen auch so, ne, auch wieder so, so auf retro gemacht, der ganze Film von der Optik her. Und die Prämisse ist dann eher, glaube ich, da, um coole Szenen, ähm, ja, ab, abzuliefern oder zu, zu ermöglichen. Ja, das stimmt. Das schafft, das schafft der Film ja an sich auch. So, ähm, das ist halt, bei mir hat's halt nicht so gezündet, andere finden das dann halt wieder cool, wenn's hinten raus ein bisschen actionlastiger wird. Ähm, und auch die, ähm, Hunter Schäfer, die unsere Hauptprotagonistin ist, die macht das auch gut. Die find ich richtig cool, die spielt gut und der Cast an sich macht halt auch Spaß. Also, wenn Horror, also, wenn solche Art von Horror nicht so gut gespielt wird, dann, ähm, zieht das den Film halt erstmal wieder direkt runter. Wenn jetzt ein, keine Ahnung, Halloween XY, Freitag der 13. XY oder sonst was nicht gut gespielt wird, ist mir das relativ scheißegal. Weil da soll einfach nur ein bisschen geschnitzelt werden, da will ich coole Kills sehen. Aber hier, du hast schon dieses Elevated angesprochen, ähm, wenn Florence Pugh in den Mittsommer nicht so abgeliefert hätte, dann wär das nochmal, dann wär der Film nicht auf diesem Niveau, auch wenn alle anderen drumherum auch gut spielen. Ähm, und das ist einfach, ja, wenn du, wenn du einen Elevated Horrorfilm machen möchtest und Kuckuck geht in diese Richtung, ähm, ob er's geschafft hat oder nicht, das muss jeder selber entscheiden, aber dann müssen die Schauspieler halt auch abliefern, neben der Atmosphäre. Ähm, ansonsten bist du halt völlig verloren. Aber das Schauspielerisch schafft der Film das für mich. Voll, äh, ich find das auch, ich find, äh, Hunter Schäfer, das ist ihre erste Kino-Hauptrolle, ich find's super spannend, dass sie jetzt nach Zendaya so nach und nach gefühlt die, die Euphoria-Stars jetzt ihre Karriere aufbauen. Also natürlich, Jacob Elordi war auch durch diese Kissing-Booth-Filme auf Netflix schon in gewissen Kreisen, äh, bekannt. Aber auch er ist jetzt nochmal erfolgreich und Sidney Sweeney startet jetzt ja absurd durch oder hat Anfang des Ersen, ne? Ja, ja. Hier, Anyone But You und dann noch Immaculate und ich weiß nicht, wo sie noch überall drin ist. Und jetzt kommt halt Hunter Schäfer und ich muss sagen, auch wenn ich Jacob Elordi, ähm, zum Beispiel in, ach, wie hieß er denn letztes Jahr von Emerald Fennell, der Promising Young Woman Regisseur, jetzt hab ich den Namen vergessen. Ja, ich weiß. Mit Barry Kugan. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, alle wissen, was ich, ich fand Jacob Elordi da gut, aber ich fand Hunter Schäfer, die liefert hier richtig ab. Also die trägt den Film auf jeden Fall richtig gut und auch dieses, also ich finde das immer schwierig in, auch gerade in Horrorfilmen, so genervte Teenies oder beziehungsweise sie ist hier eher so, ne, so in den 20er Anfang, ne, die muss unter 18 sein, glaube ich, ne? Oder soll sie zumindest sein. Ja. Dieses genervte, das kann, wenn ich häufig richtig scheiße wirken, also das ist dann wirklich, dass man die Figuren nicht mag. Aber ich finde, ich kann hier total nachvollziehen, warum sie so reagiert und ich bin voll mit ihr drin, dass ich denke, ey, Vater, was stimmt nicht mit dir? Guck doch mal bitte auf deine Tochter, also nicht nur auf die jüngere Tochter, sondern guck auch auf Gretchen, was da los ist und das fand ich richtig gut. Gut, vielleicht neben Hunter Schäfer gibt's noch ein Highlight, würde ich sagen und das ist Dan Stevens, der gefühlt in letzter Zeit auch ein bisschen so ne, so ne Marke wird, oder? Also ich hab den letzten King, äh, King Kong vs. Godzilla nicht gesehen, aber da spielt er ja auch mit, soll richtig gut gewesen sein. Und in Abigail, ich fand Abigail richtig furchtbar, aber ich fand auch ihn sehr lustig und auch hier, also der hat richtig Spaß an dieser, also am Ende dreht er halt richtig auf und ich fand ihn richtig, richtig lustig, fandst du ihn auch so gut? Der hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Der hat, der hat eine gute, eine gute Rolle gespielt, die ich ihm auch abnehme, auf jeden Fall. Ähm, und in Godzilla vs. Kong, ne, Godzilla, du meinst New Empire? Ja, genau, ich mein den neuesten, genau. Ja, ne, den hab ich noch nicht gesehen, Abigail hab ich auch noch nicht gesehen, ich glaub das Letzte, was ich mit ihm gesehen habe, ist The Guest, wo er auch richtig cool ist. Ja, richtig, richtig cool, den muss ich immer wieder sehen. Ja, so schon zehn Jahre her jetzt, aber die neuesten Sachen mit ihm hab ich tatsächlich nicht geguckt. Mir fällt dann nur noch Apostel an, ne, die aktuellen, ne, ne, von Gareth Evans, ne, die aktuellen hab ich nicht gesehen. Und du meinst, glaub ich, Saltburn, ne? Oh, ja, genau, Saltburn, genau. Jetzt, um das nochmal. Danke. Ja, 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 ja. Ja, auf jeden Fall find ich ihn gut. Also er ist da, er macht da eine coole Rolle, er wirkt, er wirkt halt auch, das ist so ein, dieses freundlich-bedrohliche, so, das, das kann er halt wirklich ganz gut. Und das macht irgendwie von Anfang an kein so gutes Gefühl, auch als würde er dich so in den Finger wickeln und jeder vertraut dir, aber irgendwie weißt du, und zumindest dann als Zuschauer, ne, ne, Freund, nicht mit dir. So, das ist, das gefällt mir. Voll. Ich mein, Gretchins Eltern sind ja mit Jessica Henrik und Martin Ksoskas auch relativ prominent besetzt, auch wenn die jetzt nicht so viel zu tun bekommen, würde ich sagen. Ich fand noch Jan Bluthart, der spielt den Detective oder den Kommissar, der spielt übrigens auch in Luz die Hauptrolle oder zweite Hauptrolle, den fand ich auch noch ganz gut, der bekommt ja auch noch ein bisschen mehr zu tun in der zweiten Hälfte. Ja, ja, da siehst du, muss ich Luz halt doch mal gucken. Wollte ich letztens anmachen, aber irgendwie hatte ich dann keinen Bock. Ich bin gerade am überlegen, jetzt haben wir eigentlich, haben wir über alles geredet, vielleicht noch so ein bisschen die Optik und die Inszenierung, weil die fand ich richtig, richtig gut. Also der Film spielt ja schon in unserer Zeit, würde ich sagen, aber irgendwie mit Kassettenrekordern und den Autos in dem generellen Look sieht der aus, als wäre der schon irgendwie ein paar Jahrzehnte alt. Ja, das ist wahrscheinlich der zweite Punkt, der mich so ein bisschen an It Follows erinnert. Also einmal, also für mich persönlich, der Film kommt nicht an It Follows ran. Es sind halt immer nur so Versatzstücke, die mich daran erinnern, genauso wie mit Cure for Wellness. Es ist immer nur so, dass man kurz so, ah, okay, das ist ein bisschen wie bei, aber bei It Follows ist es auch so, dass du das nicht richtig einordnen kannst, wo das spielt. Und ich habe auch überlegt, ist es jetzt Neuzeit, ist es vielleicht irgendwie Ende der 90er, das war eine wilde Mischung, gerade weil die Experimente, die ich in der Inhaltsangabe schon erwähnt hatte, auch verrückt sind und irgendwie weit fortgeschritten. Aber es könnten auch Experimente sein, die irgendwie mal in den 70ern stattgefunden haben, so verbotene, keine Ahnung, das ist, ja, ganz komisch. Aber auf jeden Fall Restinszenierung, auch Musik und Kamera, das hat mir gut gefallen, auf jeden Fall, definitiv. Ja, dieses Ressort sieht halt auch so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen aus. Ja, komplett. Also wenn man da die Rezeption angeht, da ist halt noch so ein altes Telefon, was man so aufhängt. Also man hat diese Schnur, also es ist völlig absurd, natürlich existiert es noch, aber es hat dadurch eine ganz eigene Atmosphäre. Würdest du eigentlich sagen, wir haben am Anfang gesagt, das ist ja ein Film in Deutschland, quasi ein deutscher Genre-Film, hast du das irgendwie, würdest du sagen, man merkt das, dass der nicht in den USA spielt? Also ich finde schon, der hat eine andere Atmosphäre als so ein, irgendwie weiß ich nicht, Wrong Turn, der halt, also auch vom Subgenre her, aber auch, das sieht, finde ich, auch nicht nach so einem US-Wald aus, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist, ja, Wrong Turn ist natürlich, das ist natürlich so eine Sache, das ist natürlich richtig Billow-Kino, aber trotzdem schon, dass das, also klar gibt es auch schöne, ähnliche, alpenähnliche Wälder in den USA, aber man merkt grundsätzlich, dass das nicht die USA sind. Und von der Atmosphäre her, kommt das noch dazu, einmal, wie sieht es aus, wo spielt es plus Atmosphäre, da merkt man das meistens, dass das nicht in den USA spielt. Also auch, ob es jetzt Frankreich, Deutschland, Belgien, Spanien ist, die Filme haben einfach meistens eine wirklich andere Atmosphäre. Voll, und ich finde, man merkt auch hier, also Tilman Singer hat schon eine eigene Handschrift, finde ich, also ich kann es jetzt natürlich auch irgendwie mit Luz vergleichen, der auch so sehr, sehr speziell ist, nochmal spezieller, aber ich finde, er hat so einen gewissen Stilwillen, und da bin ich echt gespannt, was er da in Zukunft vielleicht, vielleicht nochmal für Filme dreht, weil sich das schon anders anfühlt, als, ne, wenn wir irgendwie ins jetzt populäre, moderne Horror-Kino gehen, ne, die ganzen Blumhouse-Dinger, die ja schon relativ generisch aussehen, ob die dann jetzt gut oder schlecht sind, aber ich finde, hier merkt man schon, vielleicht ist auch dann die Assoziation zum Elevated Horror so ein bisschen, weil ich schon finde, der merkt, der arbeitet mit Schatten, mit Licht oder auch mit, ich weiß gar nicht, es gibt ja so, ich will es jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinausfülle, was so eine inszenatorische Idee ist, die zusammenhängt mit den Experimenten, fand ich auch sehr gelungen. Ja, 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 auf jeden Fall, und das, da würde ich mir vielleicht wünschen, dass jemand sich ein bisschen um den guten Mann kümmert und ihn ein bisschen supportet, also nicht kümmern im Sinne von, hier, pass mal auf, du, ähm, ich sag dir, ich hab dir jetzt mal ein Drehbuch und das machst du jetzt so, weil der ist, ähm, das kann er schon ganz gut selber, sondern dass der einen guten Push bekommt durch seine beiden Filme, was natürlich schwierig werden könnte, weil auch, ich hab Luz nicht gesehen, aber das ist ja wirklich ein schwieriger Film, wie ich gehört habe, und jetzt Kuckoo, ja, ist nicht schwierig, aber halt auch nicht, das, kein typischer Film, ne, das ist, das ist einfach so, aber ich hoffe, da kommt noch, da kommt noch mehr von dem, weil da hab ich Bock drauf. Es entwickelt sich, glaube ich, in eine gute Richtung. Glaube ich auch, ich musste gerade, als du, als du mit It Follows verglichen hast, musste ich gerade nochmal an Long Legs denken, äh, der auch gerade im Kino läuft, weil auch da haben wir einen relativ ernsten Film mit, der aber auch immer wieder, gerade durch Nicolas Cage, so eine humorvolle Note reinbringt. Hast du Long Legs schon gesehen? Ich, ähm, wollte eigentlich reingehen, aber mein Kino zeigt den nicht. Auch meine Kinos, meine Kinos drumherum zeigen den nicht. Das sind drei Stück und keine Chance, da muss ich warten. Ja, sad, sad, okay. Dann, hast du noch was, bevor wir zum Fazit kommen? Nee, ich würde sagen, nicht. Außer, dass ich, ich hab mich jetzt noch nicht wild bei Letterboxd rumgeklickt, aber dass ich, ähm, gespannt bin, wie andere den aufnehmen. Gerade so, wie gesagt, ich wiederhole mich mit erster Hälfte, zweiter Hälfte, ähm, wie andere das so empfinden, ob die das auch, ob die auch so einen starken Break da finden. Und, doch, nee, dass ich die, dass man die Menschen, die Bösen, um die es geht, dass man die zu sehr sieht, hab ich auch gesagt. Wobei der Look ganz gut ist. Nichts, nichts Besonderes, muss ich sagen. Aber, ähm, so ganz gut. Nö, ich bin fertig. Genau, das kann man vielleicht noch sagen, das ist kein, das ist kein Creature-Feature-Film. Also, wer irgendwie erhofft, dass es irgendwie so krasse, ja, krasse Practicals in dem Bereich gibt, Also, das Monster-Design oder sowas, ja, genau, das gibt's leider vielleicht. Das ist kein, auch, oder Body-Horror oder sowas, sowas ist es auf jeden Fall nicht. Nö, da bin ich mit dem, ähm, Erwartungen bin ich auch nicht rangegangen. Sollte auch niemand machen, bitte. Genau, ja, möchtest du nochmal kurz im Fazit zusammenfassen, wie dir Koko gefallen hat? Ja, im Großen und Ganzen fand ich ihn ganz gut. Und das ganz, wie gesagt, liegt an der zweiten Hälfte. Wäre er so geblieben wie die erste Hälfte, wäre das für mich ein richtig, richtig starkes Brett geworden. Aber auch so, fand ich, ist es ein Film, den man sich gut angucken kann, über den man hier und da auch ganz gut mal nachdenken kann. Und der schon in Richtung Elevated geht, aber nicht auf einem Niveau wie in Hereditary oder Midsommar, aber gut, gut guckbar ist. Gerade, weil es halt ein deutscher Film ist und dieses für einen deutschen Film ganz gut, hört man ja leider relativ häufig und oft auch leider zu Recht. Aber ich, hier ist es einfach ein gut anzuguckender deutscher Film. Ich fand den nochmal deutlich besser als du. Ich habe den inzwischen auch schon ein zweites Mal geguckt und ich muss auch sagen, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob der hier im Kino laufen wird. Ich bin skeptisch. Ich glaube, falls der laufen wird, gehe ich auf jeden Fall rein, weil das schon was ist, der, glaube ich, nochmal von der Kinoatmosphäre profitiert. Ich mochte dieses uneingenehme Gefühl. Ich mochte auch diesen schrägen Humor. Da hatte ich, glaube ich, auf Letterboxd auch schon eine Diskussion, ob der bewusst so komisch ist oder eher unfreiwillig komisch. Und für mich ist das aktuell, auch wenn ich noch nicht so viele Horrorfilme dieses Jahr gesehen habe, würde ich sagen, das ist so mein Horrorfilm des Jahres. Ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Ich musste so ein bisschen an No One Will Save You denken, der letztes Jahr so aus dem Nichts auf Disney gedroppt ist, der auch so ein Mix war, also irgendwie ein spezieller Film, auch mit einer Grundidee, gruselig, aber auch irgendwie unfreiwillig oder freiwillig komisch. Und das ist also vielleicht auch so ein bisschen damit vergleichbar. Ja, ja, doch weiß ich, was du meinst. Wobei No One Will Save You hat mir dann tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Okay, dann also, falls ihr jetzt Bock habt, könnt ihr ab dem 29. August, sofern Coco bei euch im Inikinus läuft, könnt ihr reingehen. Ansonsten den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Kommentiert auch gerne unsere Folgen, gebt uns gerne, genau, eine positive Bewertung, wo das geht. Ihr könnt natürlich auch gerne auf unserem Discord-Server vorbeikommen und dort mit anderen und uns diskutieren, wie euch Filme gefallen haben. Vielleicht dann auch Coco. Und ja, Till, hast du noch letzte Worte? Nö, aber alle, die die Möglichkeit haben, geht ins Kino. Das nicht nur, um die Kinos zu unterstützen, sondern einfach tatsächlich auch, um so einen schönen, kleinen, feinen Film zu unterstützen. Das, ich würde es tun, aber wie gesagt, wenn Long Legs schon nicht läuft, dann wird Coco auch nicht laufen. Grüße gehen raus an mein Kino und damit bin ich fertig. Wunderbar, ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Danke. 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 Danke.